moin leute und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video schauen wir uns einmal diablo 4 vessel of hatred auf dem rog ally an und die ausgangslage mit der ich in die sache jetzt herangehen werde ist erst einmal dass wir die auflösung auf 900p reduziert haben dann habe ich das grafikpreset auf hoch gestellt und fsr 2 aktiviert ihr könnt wahlweise natürlich auch afmf aktivieren ich habe das jetzt einmal so gelassen da das noch nicht der offizielle treiber ist ihr werdet dadurch aber noch mal natürlich einen erheblichen performance boost bekommen ich habe jetzt hier noch keinerlei detail einstellungen gemacht aber selbst mit diesen einstellungen hier erreichen wir wirklich fantastische werte ihr seht es jetzt hier die fps anzeige ist endlich aufgeploppt und wir bewegen uns hier bei diesem grafikpreset bei ungefähr 60 bis 70 fps in den größeren städten dürfte das ein bisschen nach unten gehen das möchte ich gar nicht abstreiten aber trotzdem ist das insgesamt ein sehr rundes erlebnis und es macht wirklich viel spaß also das ist sehr sehr flüssig was man hier geliefert bekommt das war ja aber auch schon bei dem ursprungs release von diablo 4 so so wir sind jetzt hier in eine hölle gegangen wir haben jetzt hier 60 fps das ist ein bisschen weiter runter gegangen das liegt natürlich an den mengen an monstern hier aber trotzdem habe ich hier keinerlei ruckler oder standbilder also insgesamt wirklich sehr stabil ich würde euch aber auf jeden fall empfehlen afmf zu aktivieren und das damit zu zocken insbesondere da afmf 2 mittlerweile nicht mehr im preview treiber enthalten ist sondern tatsächlich offiziell veröffentlicht wurde das heißt der ein oder andere bug oder das ein oder andere verzerrte bild dürfte damit der vergangenheit angehören und ihr bekommt hier tatsächlich dann ein sehr sehr rundes erlebnis mit afmf 2 ihr dürftet vermutlich so bei 90 bis 100 fps kratzen und das ist schon erstaunlich für dieses spiel ich nutze das ganze jetzt im maximalen leistungsmodus das heißt mit 25 watt wenn ihr dann im dockt modus also mit 30 watt werdet ihr natürlich noch einmal etwas bessere ergebnisse bekommen oder aber ihr könnt wahlweise auf 17 watt runter gehen dann entweder die grafik qualität ein bisschen weiter runter schrauben also auf mittel beispielsweise oder die auflösung auf 720p reduzieren und dann könnt ihr natürlich von einer etwas längeren akkulaufzeit profitieren dann müsstet ihr hier bei diablo 4 auf ungefähr drei bis maximal vier stunden kommen je nachdem was sie sonst noch so alles aktiviert und eingeschaltet hat also display helligkeit bluetooth und so weiter aber so bei 15 bis 17 watt müsstet ihr auf eure drei bis vier stunden kommen ganz grob und das ist natürlich noch mal ein sehr sehr erstaunliches ergebnis liegt aber natürlich an dem großen 80 watt stunden verbauten akku beim ally x die fps anzeige ploppt jetzt hier und da immer mal wieder auf und verschwindet sorry ich weiß nicht woran es liegt tatsächlich das passiert bei mir bei einigen spielen aber ihr seht es ja das bewegt sich so im rahmen 60 bis 70 fps wie schon anfangs gesagt hatte und größere standbilder waren ja auch nicht zu sehen ich habe jetzt hier auch keine cuts oder ähnliches reingemacht deswegen denke ich ist das so immer noch nachvollziehbar jetzt in diesem kampf ist es tatsächlich mal so passiert dass wir hier unter 50 fps kommt wobei natürlich nicht so stark unter 50 fps das minimum was ich jetzt hier gesehen habe war bei 47 fps ganz ganz selten gab es mal so ein kleines standbild für ein paar millisekunden also auf jeden fall nichts großartig störendes und trotzdem hat man hier wirklich seinen spaß und ich denke das ist verkraftbar und wie gesagt wenn ihr das mit afmf kombiniert dann dürfte das alles nicht mehr auftreten und wenn euch das ganze immer noch nervt und ihr gar kein standbild torrediert dann ist meine empfehlung schält die schattenqualität weiter runter damit bekommt ihr nämlich den größten performance boost so leute und damit sind wir am ende von diesem video angekommen schreibt mir mal eure meinung zu diablo 4 wrestle of hatred in die kommentare ansonsten ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da und wir sehen uns beim nächsten mal ciao